Ja, wenn sein kleiner Bruder streikt. Wenn sein Bruder wie streikt. Das müssen wir jetzt noch erklären. Wenn der Kompass nicht mehr nach Norden, sondern nach Süden zahlt. Ich verstehe nichts. Jetzt schneide ich den jeder so hoch. Wenn, wenn, das ist gar nicht so leicht, so muss ein Fahrer zum erklären. Ja, wenn halt der beste Fremdstreik. Wenn die Klocken größer sind, wird ein Strick. Kompass, von was redet ihr? Das wäre mir jetzt zu dumm. Nein, ja, Bimba. Und dafür brauchst du ein Männerkraut. Und wie können wir da helfen? Ja, dieses Männerkraut, das kann nur von zwei gestandene Mannsbrüder zockt werden. Das wird dann jetzt nicht sauber drauf. So ein Schmarrn. Aber bitteschön, wenn es hilft, dass du da verschwitzt, dann gehen wir gleich los. Ich zubst dir das Zeug schon raus. Nein, nein, das geht jetzt noch nicht. Das geht nur um Mitternacht. Ja, du glaubst doch nicht, dass er mich nachts rumtreibt, damit ich so dieses Gretzeig suche. Ich verstehe doch, wenn wir ihr helfen, dann wird es noch einsichtiger und verschwind noch schneller als gedacht. Gut, wenn es meinst. Aber dann gleich heute Nacht, damit ich das hinter mir bin.